Die römisch-katholische Kirche, oft auch nur katholische Kirche, ist die größte Kirche innerhalb des Christentums. Sie umfasst 23 Teilkirchen eigenen Rechts mit eigenem Ritus, darunter die nach Mitgliederzahl größte lateinische Kirche und die katholischen Ostkirchen. Mit den orthodoxen Kirchen, der anglikanischen Gemeinschaft und der altkatholischen Kirche teilt die katholische Kirche alle sieben Sakramente einschließlich des Wahlamtes, aufgegliedert in Bischof, Priester und Diakon. Unterscheidendes Merkmal ist die Anerkennung des Primats des römischen Bischofs über die Gesamtkirche. Der römisch-katholischen Kirche gehören weltweit etwa 1,214 Milliarden Mitglieder an. Sie wird vom Papst geleitet. Seit dem 13. März 2013 ist dies Papst Franziskus. Das Konklave 2013 wählte an diesem Tag den bisherigen Erzbischof von Buenos Aires und Primas von Argentinien, Jorge Mario Cardinal Bergoglio. Zum Nachfolger des zurückgetretenen deutschen Papstes Benedikt XVI, Bezeichnung. Die Bezeichnung römisch-katholische Kirche entstand erst im Gefolge der Reformation zur einfacheren Unterscheidung der gespaltenen christlichen Bekenntnisse und meint die Kirche, die den Primat des Papstes als Oberhaupt und Stellvertreter Christi anerkennt. In der Regel bezeichnet sich die römisch-katholische Kirche selbst nur als die Kirche oder die katholische Kirche oder theologisch ausführlich, als die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche. Gleichwohl weisen Dokumente im ökumenischen Dialog wohl aus Vereinfachungsgründen bisweilen die Bezeichnung römisch-katholisch auf. Im allgemeinen und amtlichen Sprachgebrauch vor allem in westlichen Ländern werden die Bezeichnungen katholische Kirche und römisch-katholische Kirche in der Regel synonym verwendet. Daneben wird römisch-katholische Kirche sowohl in der Literatur als auch in Publikationen kirchlicher Stellen teilweise als Bezeichnung für die lateinische Kirche in der Gegenüberstellung zu den katholischen Ostkirchen entsprechend griechisch-katholische Kirchen, syrisch-katholische Kirche und so weiter verwandt. In diesem Sprachgebrauch bezieht sich römisch auf den Ritus und gemeint ist nur die lateinische Teilkirche. So ist in Österreich katholisch die staatliche wie auch Eigenbezeichnung der katholischen Kirche in Österreich, während römisch-katholisch ausschließlich für den lateinischen Ritus dieser Kirche verwendet wird. Gründung Die römisch-katholische Kirche beruft sich traditionell auf die Gründung durch Jesus Christus selbst, insbesondere auf das sogenannte Felsenwort an den Apostel Petrus. Ob historisch tatsächlich von einem eigentlichen Kirchengründungsart Jesu Christi ausgegangen werden kann, ist auch unter römisch-katholischen Theologen umstritten. Meist wird in heutiger Eklesiologie ein Zusammenwirken von vorösterlichen Wurzeln, einem österlichen Impuls und pfingstlicher Geistgabe als Ursprung der Kirche angesehen. Um die Jahre 30 bis 33 geht man daher von der Entstehung der ersten Gemeinden, also der Urkirche, aus. Die römisch-katholische Kirche betrachtet sich mit dieser Urkirche in ununterbrochener Kontinuität stehend und nimmt auch die direkte Gründung durch. Jesus Christus in Anspruch, sie sieht diesen Zusammenhang institutionell. Insofern die christliche Gemeinde von Rom traditionell als Gründung des Apostels Petrus angesehen wird und der Papst als Bischof von Rom direkter Nachfolger Petri ist. Das Selbstverständnis als mit der Urkirche in ununterbrochener Tradition stehend ist keine römisch-katholische Besonderheit. Auch andere christliche Konfessionen berufen sich auf diese Tradition. Inwiefern dieses Selbstverständnis berechtigt ist oder nicht, war lange Zeit Gegenstand polemischer Kontroversen unter den Konfessionen und ist heute ein wesentlicher Punkt des ökumenischen Dialogs. Geschichtliche Herleitung der Struktur Hauptartikel In der Urkirche gab es ursprünglich mehrere Modelle der Gemeindeleitung. Die Leitung durch einen Kreis der Ältesten, die Betreuung durch Wanderprediger und die funktionale Gemeindeleitung. Die Gemeindeleitung oplag ab ca. 80 n. C.H.R. Den Bischöfen, wobei es sich anfangs um ein Kollektivvorgang handelte, der Monepiskopat setzte sich erst ab dem 2. Jahrhundert durch. Das heute bekannte dreigliedrige System mit dem Bischof an der Spitze, den Priestern und den Diakonen als seinen Unterstützern bildete sich vom Ende des 1. bis zum 2. Jahrhundert aus. Der Bereich eines Bischofs heißt im Westen Bistum oder Diözese. Dabei übernahm die Kirche die im Römischen Reich damals üblichen Bezeichnungen für territoriale Gliederungen. In den ersten drei Jahrhunderten bildeten sich die Kirchenprovinzen heraus. Eine Kirchenprovinz umfasst mehrere Diözesen. Ihr Vorsteher heißt Metropolit. Der Sitz eines Metropoliten ist die Metropole. Heute haben die Metropoliten der römisch-katholischen Kirche in der Regel den Rang eines Erzbischofs inne und stehen als Metropoliten Erzbischof einem Erzbischstum vor. Sie führen den Vorsitz in regionalen Bischofskonferenzen und haben weitergehende Befugnisse auch über die dem Erzbischstum untergeordneten. Suffragan bis Thümer. Bis 451 N. CHR wurden die fünf wichtigsten Metropoliten von Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem zu Patriarchen. Der Streit zwischen Rom und Konstantinopel führte dazu, dass sich die westliche Kirche schließlich im großen morgenländischen Schisma von der östlichen trennte. Das Patriarchat von Rom war das einzige westliche der fünf ursprünglichen altkirchlichen Patriarchate. Die übrigen bilden die altkirchlichen orthodoxen Patriarchate. Innerhalb der lateinischen Kirche gibt es zurzeit vier Patriarchen. Drei von ihnen stehen Diözesen mit Patriarchalsitz vor einer steht als Erzbischof einem Erzbischstum vor. Von den Patriarchen des lateinischen Ritus sind die Patriarchen der mit Rom unierten Kirchen der östlichen Riten zu unterscheiden, die als Oberhaupt ihrer Kirchen eigenen Rechts über die Ehrenrechte hinausgehende Vollmachten besitzen. Eine gleiche Stellung wie die Patriarchen bis auf den Ehrenvorrang haben die Großerzbischöfe als Oberhäupter einiger unierter Kirchen. Einige östliche Bistümer haben sich im Laufe der Geschichte mit Rom versöhnt, meist unter dem Einfluss weltlicher Herrscher wie etwa in Siebenbürgen und der Ukraine. Bis auf die syrisch-maronetische und die italo-albanische Kirche lassen sich alle unierten Kirchen einer orthodoxen oder orientalischen Herkunftskirche zuordnen, von der sie sich mit der Unterordnung unter den Papst abgespalten haben. Bedingt durch diese historischen Entwicklungen gibt es heute an manchen Orten mehrere Bischöfe, etwa einen orthodoxen Bischof, einen Bischof der mit Rom unierten Kirche und einen lateinischen Bischof. Die unierten Kirchen haben den Ritus ihrer Herkunftskirchen in der Regel behalten und werden entsprechend bezeichnet. So heißen beispielsweise Kirchen, deren byzantinischer Ritus auf die griechische Kultur des antiken oströmischen Reiches zurückgeht. Griechisch-katholisch, siehe auch, Gliederung in teilkircheneigenen Rechts. Hauptartikel Die katholische Kirche besteht aus 23 teilkircheneigenen Rechts, deren weitaus größte die lateinische ist. Die übrigen 22 Teilkirchen erstrecken sich auf die anderen Ritenfamilien, es sind andere Kirchen oder deren Teile, die sich im Laufe der letzten 1000 Jahre mit Rom versöhnt haben, ihren historisch gewachsenen Ritus aber beibehalten haben. Die Maroniten besitzen einen eigenständigen Ritus und sind als Ganze mit Rom uniert. Äußeres Merkmal der Zugehörigkeit zur katholischen Kirche ist neben der gemeinsamen Glaubenslehre die Anerkennung des päpstlichen Primats, das heißt der spirituellen und juristischen Leitungsfunktion des Papstes. Dieser übt jedoch nur über die lateinische Kirche patriarchale Gewalt aus die übrigen Teilkirchen haben meist eigene Patriachen oder Großherzbischöfe mit abweichender Jurisdiktion. Volk Gottes Das Zweite Vatikanische Konzil bezeichnete die Gemeinschaft der Glaubenden in der Kirche als das Volk Gottes. In diese Gemeinschaft wird man durch die Taufe aufgenommen, die nach Lehre der Kirche dem Täufling ein unauslöschliches Siegel einprägt. Jeder Katholik hat durch Taufe und Firmung Anteil an der Sendung der Kirche in die Welt. Ungeachtet des besonderen Dienstes einiger Mitglieder der Kirche als Lehrer oder Hirten erkennt das Konzil eine wahre Gleichheit in der allen Gläubigen gemeinsamen Würde und Tätigkeit zum Aufbau des Leibes Christi. Der Unterschied, den der Herr zwischen den gewalten Amtsträgern und dem übrigen Gottesvolk gesetzt hat, schließt eine Verbundenheit ein. Da ja die Hirten und die anderen Gläubigen in enger Beziehung miteinander verbunden sind, die Hirten der Kirche sollen einander und den übrigen Gläubigen dienen. Diese aber sollen voll Eifer mit den Hirten und Lehrern eng zusammenarbeiten. So geben alle in der Verschiedenheit Zeugnis von der wunderbaren Einheit im Leibe Christi. Hierarchie als unverzichtbares Strukturelement wird das Petrusamt mit seinem Primatsanspruch angesehen, das gemäß katholischer Lehre von Petrus auf alle seine Nachfolger im römischen Bischofssamt übergeht. Die katholische Kirche ist hierarchisch strukturiert. Unter Hierarchie versteht man dabei die feste Struktur, gemäß der die Kirche durch gewalte Amtsträger geführt wird. In der katholischen Kirche können nur Männer das Weihe-Sakrament empfangen. Der Ortsbischof, der als örtlich verantwortlicher Teil der Hierarchie in den Ostkirchen, denn auch hier Arschu heißt, hat dabei für seinen Bereich die Leitungs-, Lehr- und Heiligungsgewalt. An allen drei Gewalten sind Kleriker sowie in eingeschränktem Maße besonders beauftragte Laien beteiligt. Die höchste Autorität in der Weltkirche hat sowohl der Papst als auch das Bischofskollegium in Einheit mit dem Papst. Der Papst ist Haupt des Bischofskollegiums und übt höchste, volle, unmittelbare und universelle Jurisdiktion über die ganze Kirche aus. In seiner Rechtsausübung ist er nicht beschränkt. Diese Gewalt wird auch als Primatialgewalt bezeichnet. Der Papst wird in seinen Aufgaben von der Bischofssynode und dem Kardinalskollegium beraten. Daneben existiert die Kurie als maßgebliches Organ für die Regierung der Kirche. Der Sitz des Papstes manchmal auch in Einheit mit der Kurie, wird als heiliger Stuhl bezeichnet. Unter dieser Bezeichnung agiert der Papst als Völkerrechtssubjekt. Üblicherweise residiert der Papst in der Vatikanstadt, die Eigenstaatlichkeit besitzt. Das Kollegium aller Bischöfe ist Rechtssubjekt. Nach neuerem Kirchenrecht ist es immer also nicht nur während eines ökumenischen Konzils Träger von Leitungsgewalt. Das Zweite Vatikanische Konzil und der CIAC von 1983 schreiben dem Bischofskollegium höchste, unvolle Gewalt im Hinblick auf die ganze Kirche zu, die es gemeinsam mit dem Papst als dem Haupt des Bischofskollegiums ausübt. Eine Ausübung der Gewalt gegen den Papst ist dagegen nicht möglich. Das ökumenische Konzil ist eine Versammlung, auf der das Bischofskollegium seine Gewalt über die ganze Kirche in feierlicher Weise ausübt. Ökumenische Konzilien müssen vom Papst einberufen werden, der das Präsidialrecht ausübt. Zudem brauchen die Beschlüsse die Zustimmung des Papstes ungültig zu sein. Teilnahmeberechtigt sind in ordentlicher Weise alle, die die Bischofsweihe empfangen haben. Daneben sind in außerordentlicher Weise Teilnahmeberechtigt jene, die von der höchsten Autorität zum Konzil berufen werden. Die Berechtigung verpflichtet gleichzeitig zur Teilnahme. Die höchste unfolle Gewalt des Bischofskollegiums kommt nach Cairn 337 II CIC auch durch kollegiale Beschlussfassung der an ihrem Ort verbliebenen Bischöfe zum Ausdruck. Hier sind die Beschlüsse nur wirksam, wenn sie anschließend vom Papst promulgiert wurden. Im Gegensatz zum ökumenischen Konzil ist jedoch keine Initiative des Papstes notwendig. Unterhalb der höchsten Autorität der Weltkirche sind Teilkirchenverbände die im Verfassungsrecht der Kirche vorgesehenen Zusammenschlüsse von Teilkirchen. Sie dienen als Ausdruck der Communio Ecclesiarum dem Verhältnis von Gesamtkirche und Teilkirche. Das Kirchenrecht behandelt unter den Kanones 432 bis 434 nur die Kirchenprovinz und die Kirchenregion, da nur diese Einrichtungen Rechtspersönlichkeit besitzen. Darüber steht jedoch die Bischofskonferenz, deren Gebiet jedoch nicht über Rechtspersönlichkeit verfügt. Die Bischofskonferenz ist eine ständige Einrichtung der Bischöfe einer Nation, in der diese besondere Aufgaben gemeinsam beraten und beschließen. Für diese Ebene der Kirchenverfassung ist zudem die Einberufung eines Plenarkonzils möglich. Die orientalischen Teilkirchen verfügen nicht über eine solche Einrichtung. Die Kirchenregion ist eine mögliche Zwischengliederung zwischen dem Gebiet einer Bischofskonferenz und einer Kirchenprovinz. Auch diese Form ist im Recht der orientalischen Teilkirchen nicht vorgesehen. Die Kirchenprovinz ist ein mehrere Teilkirchen umfassender Verband, dem ein Metropolit vorsteht. Auf der Ebene einer Kirchenprovinz kann ein Provinzialkonzil einberufen werden. Bis auf wenige Ausnahmen sind alle Teilkirchen in Kirchenprovinzen zusammengefasst. Rechtlich fassbare Befugnisse über die Teilkirchen besitzt der Metropolit jedoch nur in sehr eingeschränkter Weise. Teilkirchen sind vor allem die Diözesen aber auch deren Ersatzformen wie die Gebietsprälatur, die Territorialabtei, das Apostolische Vikariat, die Apostolische Präfektur und die Apostolische Administratur. Daneben kann es Personalumschriebene Teilkirchen, sogenannte Personalprälaturen, geben, gegenwärtig das Apostei, die Militärordinariate und die Apostolische Personaladministration in Campos. Jeder Diözese steht ein Bischof vor, der als solcher Nachfolger der Apostel ist. Ihm kommt über seine Teilkirche die ganze Gewalt zu, mit Ausnahme dessen, was von der höchsten kirchlichen Autorität einer übergeordneten Instanz zugewiesen wurde. Die Amtsgewalt der Bischöfe leitet sich nach Cain 381 nicht vom Papst ab. Die Bischöfe sind also keineswegs bloß örtliche Vertreter des Papstes, sondern eigenberechtigte Leiter ihrer Teilkirche. Die bischöflichen Leiter einer Diözese werden präzisierend als Diözesanbischöfe bezeichnet, im Unterschied zu all jenen, die nur die Bischofsweihe empfangen haben, nicht aber eine Diözese leiten. Diese werden als Titularbischöfe bezeichnet und erhalten eine untergegangene Diözese als Titularbistum. Den Diözesanbischöfen rechtlich gleichgestellt ist jeder andere ordentliche Vorsteher einer Teilkirche, also alle Territorialebte und Prelaten, apostolische Vikare, apostolische Präfekten und apostolische Administratoren. Im Unterschied zu Bischöfen leiten Letztere aber ihre Gewalt aus der päpstlichen Ermächtigung ab und könnten somit tatsächlich als dessen örtliche Vertreter bezeichnet werden. Jede Teilkirche muss in Pfarreien untergliedert sein. Ihr ist ein Priester als Pfarrer zuzuordnen. Neben territorial abgegrenzten Pfarreien gibt es in begrenzter Form auch Personalpfarreien, so etwa die Gemeinden für Katholiken anderer Muttersprache. Hinzu kommt die Kategorialseelsorge, also die Tätigkeit in Krankenhäusern, Schulen, Militärseelsorge, Jugendarbeit, Gefängnissen, Kurseelsorge. Auch die katholischen Hochschulgemeinden sind hier zu nennen. Ein Verband von Pfarreien kann zu einem Dekanat zusammengefasst sein, dessen Vorsteher Deschong heißt. Der Deschong ist meistens ein Pfarrer des Dekanats, kirchenrechtlich muss er nur Priester sein. Er wird in der Regel durch den Ortsbischof und auf Zeit ernannt. Für alle drei Weihstufen des Klerus Bischof, Priester und Diakon ist in der lateinischen Kirche der Zölibat regelmäßig vorgeschrieben. Eine Ausnahme bildet der ständige Diakonat, der nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder eingeführt wurde. Eine Heirat ist jedoch nur vor der Weihe zum ständigen Diakon möglich. In den unierten Kirchen gelten zum Teil andere Regelungen. Für das Bischofsamt wird der Zölibat verlangt so, dass Bischöfe zumeist dem Mönchsstand entstammen. Das Kirchenrecht erkennt verschiedene Formen des geweihten Lebens an. Neben den Instituten des geweihten Lebens auch Eremiten oder Anakureten und geweihte Jungfrauen. Abgesehen von Priestermönchen gehören die Mitglieder der verschiedenen Formen des geweihten Lebens nicht der Hierarchie an und werden nicht von der Kirche finanziell unterhalten. Darüber hinaus gibt es auch zahlreiche Laiengemeinschaften, die vom päpstlichen Rat für die Laien betreut werden. Hierzu zählen vor allem die zahlreichen geistlichen Gemeinschaften. Ebenso finden sich zahlreiche Jugendverbände in Deutschland, sind die meisten davon im Bund der Deutschen Katholischen Jugend organisiert. Glaubensinhalte Das Zweite Vatikanische Konzil hat betont, dass die kirchlichen Glaubensinhalte von unterschiedlichem Gewicht sind. Beim Vergleich der Lehren miteinander soll man nicht vergessen, dass es eine Rangordnung oder Hierarchie der Wahrheiten innerhalb der katholischen Lehre gibt. Je nach der verschiedenen Art ihres Zusammenhangs mit dem Fundament des christlichen Glaubens Dreifaltigkeit. Gott ist in drei Personen einer. Jesus Christus ist als Sohn Gottes eines Wesens mit Gott dem Vater und Schöpfer der Welt und wird mit ihm zusammen und dem Heiligen Geist als ein Gott angebetet und verhelligt. Durch den Tod am Kreuz und seine Auferstehung hat die zweite göttliche Person, der Sohn Gottes, die Sünden der Welt auf sich genommen und den Weg der Erlösung aus Sünde und Tod für alle Menschen geöffnet. Gottes Wirken in der Welt Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern greift aus Liebe zu jedem einzelnen Menschen aktiv in die Welt ein. Sein Wirken ist gemäß der Theodize-Frage jedoch nach menschlichen Maßstäben nicht komplett begreifbar. Die katholische Kirche sieht sich in der Nachfolge der Apostel, deren Glaubensbekenntnis sie in der Kraft des Heiligen Geistes durch die Zeiten bewahrt, vertieft und angesichts neuer Fragestellungen klärt. Die apostolische Sukzession ist der Garant für die Apostolizität der Kirche sowie für die Bewahrung der Tradition. Sie besagt, dass die Bischöfe durch eine ununterbrochene Kette von Handauflegungen in der Nachfolge der Apostel stehen. Sakramente Gott schenkt nach katholischer Lehre den Menschen das Heil durch die Sakramente. Die katholische Kirche kennt sieben Sakramente. Taufe Firmung Eucharistie Beichte Krankensalbung Weihe Sakrament und Ehe Mit Ausnahme der Taufe, die in Todesgefahr von jedem Menschen, der beabsichtigt, das zu tun, was die Kirche tut, gespendet werden kann, können die Sakramente nur in der und durch die Kirche vermittelt werden. Entgericht und Leben nach dem Tod Die katholische Kirche erwartet das Wiederkommen Christi in Herrlichkeit und das Gericht über alle Menschen. Maßstab des Gerichts wird der Glaube und die nach dem Maß der Gaben verwirklichten guten Werke sein. Die Erlösten empfangen ewiges Leben in Gottes Nähe. Jedem Menschen droht bei der Abkehr von Gott die ewige Verdammnis in der Hölle. Marien und Heiligenverehrung Menschen, die ihr Leben auf Christus hingeführt haben, können anderen Glaubenden als Vorbilder dienen. Unter den Heiligen dient besonders die Gottesmutter Maria als Vorbild. Sie wird unter anderem als Urbild der Kirche verehrt. Die Heiligen gelten als Fürsprecher bei Gott, da man davon ausgeht, dass sie sich bereits in der Gemeinschaft mit Gott befinden. Die universelle Heilsmittlerschaft Christi, auf den alle Heiligen verweisen, wird dadurch nicht in Frage gestellt, sondern unterstrichen. Die Prozesse der Selig- und Heiligsprechung der katholischen Kirche sind sehr umfangreich und können mehrere Jahrzehnte dauern. Dies gilt auch für die Anerkennung von Christus, Marien und Heiligen Erscheinungen, auf die sich die Wallfahrtsorte gründen. In der katholischen Kirche sind Bitten für die Verstorbenen üblich. Verstorbenen, die sich noch im Läuterungszustand des Fegefeuers befinden, soll hiermit geholfen werden. Auch Ablassgewinnung, nicht nur für die Verstorbenen, gehört deshalb zur religiösen Praxis. Morallehre Die Morallehre der katholischen Kirche ist seit den Anfängen dadurch geprägt, an den Idealen der Bergpredigt festzuhalten und zugleich den Bedingungen der irdischen Realität Rechnung zu tragen. In früheren Jahrhunderten war regelmäßig der Vorwurf zu großer Lachsheit Grund für Kritik und manchmal Begründung für Abspaltungen der Montanisten, Novazenisten, Donatisten, Katara und Valdenser. Heute entzündet sich die Kirchenkritik meist an zu hohen und schwierigen Idealen, gepaart mit dem Vorwurf der Heuchelei und Doppelmoral. So zum Beispiel in Bezug auf Sexualität, aber auch auf eklektische und inkonsistente Auslegung der Bibel in Bezug auf Moral sowie inkohärente Anwendung dessen, was als Morallehre der katholischen Kirche bezeichnet wird. Im Rahmen des Bekanntwerdens von Missbrauchsfällen in römisch-katholischen Einrichtungen nahm diese Kritik zu. Der Bergpredigt folgend sind die zentralen katholischen Wertsetzungen Liebe, Wahrheit, Gewaltlosigkeit, Besitzverzicht, Gerechtigkeit, Treue, Keuschheit. Die Umsetzung in kirchliches und womöglich staatliches Recht geschieht in immer neuen Anläufen und unter innerkirchlichen und gesellschaftlichen Konflikten. Lange waren Themen wie Eid, Wehrpflicht oder Kapitalismus umstritten. Hier ist die katholische Morallehre traditionell eher kompromissbereit. Seit etwa 1968 steht mit der Enzyklika Humanevit erzeitgleich mit den soziokulturellen Umwälzungen fast ausschließlich die Ehe und Sexualmoral im Mittelpunkt der Beachtung und Auseinandersetzung. Das kirchliche Lehramt hat sich immer wieder eindeutig im Sinn der Zusammengehörigkeit von Sexualität, Fortpflanzung und lebenslanger Treue und damit gegen Ehescheidung sowie künstliche Empfängnisverhütung ausgesprochen. Noch größere Bedeutung kommt dem Lebensschutz zu, weshalb Abtreibung, Sterbehilfe, Klonen, Todesstrafe, Eugenik und Angriffskrieg abgelehnt werden. Die katholische Moraltheologie vertritt die Ansicht, dass die Werte des Evangeliums dem Naturrecht nicht widersprechen, sondern dessen letzter und höchster Ausdruck seien. Anfang Oktober 2014 fand die außerordentliche Bischofssynode zu den pastoralen Herausforderungen der Familie im Kontext der Evangelisierung in Rom statt. Die Beratungen wurden im Oktober 2015 auf der 14. Ordentlichen Generalversammlung der Weltbischofssynode fortgesetzt. Mit der Veröffentlichung der Enzyklika Laudato si' rückte Papst Franziskus die Themenbereiche Umwelt und Klimaschutz in den Fokus und setzt zudem Zeichen im Hinblick auf bestehende soziale Ungerechtigkeiten. Hauptartikel Die Kirche lehrt die Weisungen der Kirche um das Verhältnis des Gläubigen zur Gemeinschaft der Kirche zu regeln. Die fünf Kirchengebote umfassen den Besuch der Heiligen Messe an Sonntagen und den gebotenen Feiertagen, den regelmäßigen Empfang der Sakramente der Buße und der Eucharistie, das Fasten am Freitag und die Unterstützung der Kirchengemeinde.